Moin Moin Freunde und herzlich Willkommen zu einem weiteren Reaper of Souls Video. Diesmal mit dem Thema Feedback, mal nicht ganz, ein bisschen was vom Feedback ist mit drin, aber eher mein Standpunkt zur Beta oder beziehungsweise zum Add-on nachher. Und zwar von meinem Standpunkt aus kann ich sagen, dass Reaper of Souls auf jeden Fall ein sehr geiles Add-on wird. Es besitzt zwar nicht den Mega-Monster-Mörder-End-Content des Todes of Darkness of Doom, also es wird nicht so sein, Reaper of Souls installieren und erstmal vier Wochen, zehn Stunden am Tag spielen müssen, bis man dann irgendwann mit dem End-Content durch ist und nur noch Farmen braucht. Das ist klar, das war Diablo nie, das wird Diablo auch nie sein, weil es ist ein Hack'n'Slay. Und Hack'n'Slay bedeutet, ich habe ein bisschen Story, die spiele ich durch, schön chillig, ist einfach, ich brauche nur spielen und ich kriege es durch, ich brauche nicht übertrieben gut sein, ich muss nicht anhand der Skill-Beschreibung innerhalb von zwei Stunden oder einer halben Stunde, was auch immer, wissen, okay, das ist der Non-Plus-Ultra-Bild, den spiele ich jetzt und der ist top, es gibt nichts Besseres und damit komme ich jetzt in fünf Minuten durch und das Spiel ist zu Ende. Nein, das ist nicht Diablo, Diablo ist Spaßhaben, Hack'n'Slay halt, Jagen und Sammeln, also die Story ist halt, also es war, für mich ist es immer so gewesen, in den Teilen davor, die Story war zwar interessant, ich habe sie einmal durchgespielt und nachdem ich sie einmal durchgespielt hatte, die Story, war sie uninteressant, weil ich habe sie durchgespielt, ich weiß, was, wo, wie passiert, also es ist nicht so, wenn ich es jetzt nochmal durchspiele, dass sich dann irgendwas ändert, also ich kann jetzt, ich gebe jetzt nach 50 Prozent, gebe ich dort eine Quest anders ab und dann ändert sich das ganze Spiel für mich, das ist ja nicht so. Und insofern ist die Story nach dem einmaligen Durchspielen uninteressant. Vorher ist es eine Superstory, alles klar, so, aber das ist ja nicht das Schlimme. Ich meine, wie ich schon sagte, Diablo 3 oder generell Diablo ist ein Hack'n'Slay. So, in diesem Spiel geht es darum, Monster zu töten, Loot einzusammeln und sein Gier zu verbessern. Und zwischendurch mal einen Hund, der im Nebenzimmer mit einem Queechee spielt, zu slayen, nein, egal. Ich brauche mal eine Frostnova oder so, muss ich mal einfrieren, den Hunköter. Ne, egal, Spaß beiseite. Ich hätte es ihm auch einfach wegnehmen können, das Queechee. So, ja, wo war ich stehen geblieben? Hack'n'Slay, genau. Also, es geht darum, Jagen und Sammeln. Und damals in Diablo 2 war es auch so, man hat einen Charakter auf 60 gelevelt und dann nur noch Ballruns, Ballruns, Ballruns. Ballruns, 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 Ballruns und so weiter. Und da finde ich Reaper of Souls und Diablo 3 einfach wesentlich abwechungsreicher. Und ich sag mal so, mit so ein paar kleinen Änderungen noch, könnte dieses Spiel noch richtig gut werden. Weil, ich sag mal so, die Bounties und die Rifts, ja, das ist schon ganz witzig, wird aber natürlich schnell, ich sag mal, nicht richtig langweilig, aber es wird irgendwann eintönig. So, also jetzt jeden Tag irgendwie das spielen, klar, das geht auch nicht, aber das ging mir bei Diablo 2 nicht anders. Also, klar, als es rauskam, als es released wurde, Lord of Destruction kam raus. Ihr habt gesuchtet bis zum Umfallen. Und dann nach zwei Wochen hatte ich keinen Bock mehr. So, weil nach zwei Wochen hat man echt eigentlich nichts mehr gefunden, was einen verbessert. Also, man musste ewig farmen fürs nächste Upgrade. Klar, man konnte nachher über Trades und so weiter, viel Kohle machen, also nicht Kohle, aber Runen und so weiter, und konnte dann sich über Traden, hocharbeiten. Das ging ja auch in Diablo 3 Classic oder Vanilla, wie auch immer, mit dem Auktionshaus etc. pp, ja, ist aber alles gar nicht meine Welt. Da habe ich gar keinen Bock drauf, wenn ich ehrlich bin. Also, diese ganze Traderei, das ist eigentlich nicht meins. Also, das habe ich mal probiert, es klappt auch so einigermaßen, aber, ja, Spaß hat mir das nicht gemacht. So, und ich habe Spaß daran, Monsterschnetzeln, Items einsammeln und Upgrade, äh, Quatsch, zu craften und so weiter. Also, Items zu craften, zu schmieden, wie auch immer. So, und das ist, und das macht Diablo für mich aus. Also, dieses, dieses, ähm, Einfache, Simple. Es ist nicht zu einfach, aber auch nicht zu kompliziert. Und das ist so ein Spiel, man muss jetzt nicht, also, ich werde jetzt keine Namen nennen, aber wenn man es mit anderen Spielen vergleicht, man muss jetzt nicht erst mal, äh, zwei Wochen spielen, um das Spiel überhaupt so halbwegs verstanden zu haben und zu wissen, wo was ist, sondern man spielt es einfach und es kommt alles von alleine, es ist total easy. Und vor allem, wenn man dann erst mal zwei, drei Monate nicht gespielt hat, ja, dann setzt man sich nach zwei, drei Monaten wieder hin und macht da weiter, wo man war. Und muss nicht erst stundenlang Foren durchsuchen und Guides lesen, schauen, um überhaupt irgendwie klarzukommen in dem Spiel. Und Diablo ist halt, wie ich sagte, Hack'n'Slay auf das Wesentliche beschränkt. Und klar ist ein bisschen was drüber rum, wie ich schon sagte, mit Crafting, Hellfiring, äh, weiß der Geier, was ist das noch, also die Amulette und, und, und. Es gibt ja mehrere Rezepte mittlerweile, aber wenn wir es mal ehrlich auf den Punkt bringen, so viel ist das gar nicht. Und das hat man alles schnell durch und, äh, ja, bleibt halt beim Thema Farmen. Und meine Hunde farmen gerade wieder im Nebenzimmer, aber ist egal. Ähm, ja, das wollte ich sagen, genau. Farmen, 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 etc. Und, ähm, wem das halt nicht gefällt, ja, dann ist das, dann ist das halt so. Dann sollte diese Person dann einfach ein anderes Spiel spielen, wenn es nicht gefällt. Und, ähm, dann nicht einfach sagen, dass Diablo tot ist oder so. Ich meine, Diablo war nie tot und ist auch nie tot. Und selbst wenn sie Reaper of Souls so rausbringen, wie es derzeit in der Beta ist, das wird trotzdem laufen, die Leute werden trotzdem Diablo kaufen und Diablo spielen vor allen Dingen. Und sie werden es richtig spielen und nicht so wie, äh, in Diablo 3, Vanilla, das, wie ich es erlebt habe schon im Forum, selbst bei mir im Stream, per PN, auf YouTube, wie auch immer, dass Leute ankamen und gesagt haben, ja, Diablo ist ja voll scheiße, ich hab mir jetzt das Spiel gekauft, ja, und irgendwie bringt das gar kein Endcontent. Man findet überhaupt keine Upgrades und ist voll scheiße. Guck ich mir den Account an, dann seh ich, ja, okay, 380.000 Schaden anbufft, 20 Spielstunden. Hm. Also, das soll jetzt hier keine Kritik an irgendwelchen Leuten sein, die sich für Geld Items kaufen, um Gottes Willen. Es kann jeder mit seinem Geld machen, was er will. Das hat nichts mit Bescheuer zu tun oder zu viel Geld oder weiß der Geier. Das ist einfach eine reine Sache, eine Sache der Priorität. Also, der eine gibt's dafür aus, ist scheißegal. Aber auf jeden Fall, jedem ist es selbst überlassen und man ist kein schlechter Mensch, nur weil man Geld ausgibt. Aber, man ist ein schlechter Mensch, ja, nicht unbedingt schlechter Mensch, aber man ist halt nicht so wirklich mit Intelligenz, wie soll ich sagen, gesegnet, wenn man sich ein Spiel kauft und quasi einen Editor anwirft. Das ist ja so, ich nehme, das nehme ich jetzt als Beispiel, ähm, scheißegal, irgendein Spiel, Jacked Alliance 2, uralt, okay, lade ich mir runter, kaufe ich mir für 5 Euro irgendwo, scheißegal, und, also ich habe es mir gekauft für 5 Euro und nehme dann einen Editor, einen Savegame-Editor. Ich starte das Spiel, beende es, editiere mein, editiere mein Savegame, gebe mir unendlich Waffen, Munition, Leben, alles, bin unbesiegbar, gehe direkt zum Endboss, also, auf dem direkten Wege, so 5 Minuten fahre ich, oder spiele ich, bin mein Endboss, klatsche ihn um, gehe danach ins Forum und schreibe, was ist denn Jacked Alliance 2 für ein grobenschlechtes Spiel? Ich habe das in 5 Minuten durchgespielt und es bietet mir überhaupt nichts mehr. Und genau das ist halt, das ist Thema Echtgeld. Wenn jemand sich für 5000 Euro, das ist ein bisschen übertrieben, ich weiß, ich habe es gesagt, ich neige zu Übertreibungen, wenn jemand für 5000 Euro seinen Char equipt, und am besten sich noch von irgendjemandem auf 60 ziehen lässt, dass das dann ganze nur 3 Stunden dauert, dann ist er nach 3 Stunden Level 60 hat das perfekte Equipment, vielleicht nicht ganz perfekt, aber auf jeden Fall so weit, dass er auf jeden Fall selbst in 2000 Spielstunden wahrscheinlich kein Upgrade mehr finden wird. Und wenn diese Person sich jetzt hinstellt und sagt, das Spiel hat kein Endcontent, ja dann tut es mir leid, dann ist mir doch scheißegal, das ist die Person selber schuld, Geld ist wie Cheating, weil man, es ist ja wie ein Editor, ja, so, und bei Diablo ist halt der Weg das Ziel, Diablo ist nicht das Ziel, natürlich ist es nachher das Ziel, ja klar, aber wenn man das geschafft hat, ist das Spiel zu Ende, so, und es ist nicht so, man farmt und farmt und farmt, um danach, wenn man fertig gefarmt hat, irgendwas noch zu machen, nein, der Sinn des Spiels ist es, sich an Gier zusammenzufarmen, mit dem man schnell die Monster töten kann, und, ja, das war's, zu einem anderen Grund spiele ich Diablo nicht, ich will irgendwann super easy durchschnetzeln, weil mir das Spaß macht, dieses Monsterschnetzeln, so, jetzt könnte der eine oder andere ja sagen, ja dann hat das Spiel ja gar keinen Sinn, dann ist das ja, äh, ne, sinnlos, also, bringt nix, hat keinen Wert, lohnt sich nicht, äh, so gesehen hat dann überhaupt kein Spiel einen Sinn, einen Wert, nehmen wir mal irgendeinen Ego-Shooter, wenn man eine Story von einem Ego-Shooter durchspielt, welchen Sinn hat das? Man hat danach kein, äh, kein dickes Auto zu Hause stehen, man, wieder übertrieben, äh, es kommt niemand und gibt einem eine Belobigungsurkunde oder verleiht einem einen Orden, vielleicht ingame, ja, also, in dem Spiel selber, in der Story, kriegst vielleicht einen Orden, das war's aber auch, so, mehr gibt es dafür nicht, und, warum, warum wird immer so nach Endcontent geschrieben? Ich mein, was erwartet ihr alle? also, wie gesagt, es ist ein Hack and Slay, so, verdammt, ich hab mich ein bisschen im Kopf und Kragen wieder geredet, also, ich will ja niemanden dissen oder so, wenn ihr sich jemand angegriffen fühlt oder so, äh, bis auf die Leute, die sich halt nach 20 Spielstunden hinstellen, 1000 Euros ausgegeben haben, und, äh, rumschreien, das Spiel hat kein Endcontent, die dürfen sich gerne angegriffen fühlen, die Leute, die das Spiel aber nach wie vor spielen und auch 1000 Euros reingesteckt haben, die bitte nicht, die meine ich nicht, das ist deren Sache, wie gesagt, ne, wer da Spaß dran hat, und das Spiel, ich hab auch, ich will, ich werd keine Namen nennen, aber ich kenn einen, der hat auch gut Kohle reingesteckt in das Spiel, aber der spielt das Spiel einfach, klar, der regt sich manchmal auch so ein bisschen auf, dass er nichts mehr findet, dass das Spiel kein Endcontent mehr hat, aber der, der spielt das Spiel halt mit Geld, also, kauft halt hier mal ein Upgrade oder da mal ein Upgrade, so, ist ja auch völlig egal, hat das Geld, und auch wenn er es nicht hätte, es ist immer noch seine Sache und das ist, nicht Stand der Dinge hier, soll jeder machen, was er will, so, nochmal zum Thema Hack and Slate zurück, wie gesagt, was erwartet, oder wie, wie denkt ihr, sollte man für den Kaufpreis von, meinetwegen 50 Euro, noch mehr Endcontent reinbringen, ich meine, das Spiel kostet einmalig Geld, so, und der Durchschnittsspieler, ich weiß gar nicht, ob es eine Statistik gibt, über den Durchschnittsspieler, der sich, also, wo steht, wie viel, die Leute im Durchschnitt nach Kauf, dieses Spiel spielen, also, wie viel Zeit, wenn das einer weiß, wäre ich dankbar für die Info, aber ich kann euch sagen, es wird auf jeden Fall deutlich mehr sein, als bei so manch anderem Spiel, natürlich gibt es andere Spiele, die genauso viel Spielspaß bieten für manche, und genauso lange, und genauso oft, und genauso viel gespielt werden, ich sage nur League of Legends, das wird ja unendlich gespielt, zumindest kommt mir das so vor, und, aber das ist ja ein ganz anderes Spiel, ein ganz anderes Genre, und man muss ja ein Spiel, nicht mal daran messen, ähm, wie viele Leute das spielen, oder wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich höre, ja, Diablo ist tot, auf Twitch guckt das ja kaum noch jemand, ja, dann zählt das aber für 80%, 90%, 95%, 99% aller Spiele, die erschienen sind, noch erscheinen werden, etc., mehr als 99% eigentlich, weil dann ist ja jedes Spiel tot, weil, wenn man sich mal vergleicht, die Spiele, die es gibt, die Spiele, die auf Twitch gestimmt werden, da ist aber ein himmelweiter Unterschied, und man kann doch ein Spiel, oder ob man ein Spiel spielt, kann man euch daran festmachen, wie viel Geld man bei Ebay damit machen kann, wie viele Leute das streamen, wie viele YouTube Videos dazu gibt, YouTube Videos es dazu gibt, und, ähm, nochmal, wie viele Leute es streamen, das kann man doch daran nicht abhängig machen, und, äh, oder davon meine ich, so, und ich kann jetzt nur eins mit auf den Weg geben, ähm, Reaper of Souls, bringt eine Menge Spielspaß, und, die Langzeitmotivation in Reaper of Souls ist einfach, weil man jetzt durch die, die, die Möglichkeit des Cellfonds, also man, man kommt auch Cellfond weiter, man findet halt selbst, die passenden Items, die man eben braucht, um das Spiel auf der höchsten Schwierigkeitsstufe, irgendwann mal durchzuspielen, also vermuten wir zumindest, momentan, man weiß ja nicht, welchen Weg Tormund 6 jetzt gehen wird, und, die ganzen Affix wie Crushing Blow, etc., und die ganzen Setboni, Gear und so weiter, welchen Weg das Ganze nachher geht, ob es tatsächlich so sein wird, dass Tormund 6 unerreichbar bleibt oder nicht, derzeit ist es halt, äh, schwer vorstellbar, aber muss man alles noch abwarten, es ist alles noch beta, so, egal, ähm, man hat sechs Charaktere, ich kenne viele Leute, die gerne in Classic mehrere Charaktere gespielt haben, aber es mal gelassen haben, weil sie einfach nichts gefunden haben, und einfach mit dem Paragon Level auch keinen Bock mehr hatten, dann einen kleinen Chart zu spielen, mit schlechtem Gear, und dann lieber aus Gründen der Effektivität, mit ihrem großen Char weiterfarmen wollten, so, und diese Möglichkeit haben wir jetzt in Reaper of Souls, wir können mit jedem Char, was erreichen, also wir können jeden Char spielen, auf, äh, vor allem, wir leveln das Paragon accountweit, das heißt, also jeder Char hat das gleiche Paragon Level, so, wenn wir jetzt die Wahl haben, wir können jetzt in Classic, ja, farmen wir jetzt mit unserem 100er, oder mit unserem Level 10 Char, klar, mit dem 100er ist es effektiver, also wird oft mit dem 100er gefarmt, und die Leute haben dann selten Bock, einen Twink zu spielen, viele, wenn sie einen zweiten Char anfangen, jetzt zum Beispiel für das Add-on als Vorbereitung, dann spielen sie denselben Char, wie ein Main Char, also ich kenne viele Leute, die 10 Barbaren, 10 Wizards, 10 Mönche, wie auch immer, auf Paragon 100 haben, so, weil sie einfach keinen Bock hatten, einen neuen Char auszurüsten, das geht ja auch gar nicht in Classic, also nicht so ohne weiteres zumindest, und das ist halt in Reaper of Souls vorbei, natürlich wird es in Reaper of Souls auch so sein, dass wenn man den ersten Char hochgespielt hat, den Dicke ausgestattet hat, natürlich ist der dann effektiver, was das Paragon Leveln, also das Items sammeln betrifft, aber es interessiert ja nicht mehr, man farmt ja nur noch für sich selbst, und nicht mehr für andere, nicht mehr fürs Auktionshaus, so, das heißt, ob es effektiv ist oder nicht, spielt jetzt nicht so eine Rolle, man kann halt ganz normal mit einem neuen, frischen Char leveln, man kriegt ihn relativ schnell auf einen vernünftigen Status hoch, ab da wird es dann ein bisschen schleppender, aber das ist ja nun mal Hack and Slay, das ist nun mal Diablo, das war in, in, Diablo 2 nicht anders, also es ging schnell, bis zu einem gewissen Gierstand ging es recht schnell, ab da war es dann halt schleppend, so, das macht halt für mich den Reiz aus, mir macht das Spaß, fertig, so, oh Gott, worauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus, habe ich den Faden verloren, ne, ich wollte eigentlich darauf hinaus, was für eine Langzeitmotivation Diablo bieten sollte, also Diablo 3 oder Beathead, so, und das, das habe ich jetzt hiermit eigentlich, finde ich, klar gemacht, wer es nicht verstanden hat, könnte gerne in die Comments nochmal Fragen stellen, dann erörter ich das nochmal, ähm, eine Sache noch, ich bin, angelehnt an einige, wie soll ich sagen, Comments im Stream, bin ich so auf ein paar Ideen gekommen, wie man das, wie man Diablo 3, Reaper of Souls, noch ein bisschen verbessern könnte, dazu werde ich ein separates Video machen, natürlich, äh, kamen noch Einflüsse von anderen Viewern dazu, et cetera, also, es hat sich so ergeben, ich weiß gar nicht mehr, wie das, wie das Stein ins Rollen gekommen ist, aber ich hatte dann noch so eine, eine kleine Idee, wie man die Endbosse, etwas interessanter machen könnte, und ganz ehrlich, wenn noch irgendwie ein kleiner Modus dazukommt, zu dem, was es jetzt bietet, das Spiel, hey, dann ist es ein super Spiel, vielleicht nicht unbedingt für jeden und vielleicht auch nicht immer noch das Spiel, was die breite Masse für 10.000 Spielstunden fesseln wird, aber, hey, dafür gibt es viel zu viel Konkurrenz, dafür ist der Markt viel zu riesig, und, ähm, ja, abschließend kann ich euch echt nur nochmal auf den Weg geben, spielt das, worauf ihr Bock habt, und lasst euch nicht irgendwie, oder macht euch keine Gedanken über, lohnt es sich, ein Spiel lohnt sich immer dann, wenn es Spaß macht, dann lohnt sich ein Spiel, und, äh, mehr, sollte, in die Entscheidung, ob man dieses Spiel spielt oder nicht, sollte nicht mit einfließen, also, wenn euch andere sagen, das Spiel ist scheiße, ne, ja, dann, äh, guckt es euch an, überzeugt euch selbst, spielt eine Demo, eine Beta, weiß der Geier, ja, es gibt ja diese Testversion, diese, bis zu Level 13 geht die, glaube ich, oder so, probiert es aus, und es gibt ja auch für andere Spiele, gibt es genug Trailer und so weiter, und wenn euch das Spiel gefällt optisch, ja, dann probiert es aus, und lasst euch nicht zu sehr verwirren von, ja, das Spiel ist tot, oder das Spiel ist ein Flop, oder wird sowieso floppen, ne, wie gesagt, ein Spiel soll Spaß machen, und, ein Spiel soll es nicht immer um Effektivität gehen, und so weiter, klar, ich war auch im Classic immer, ja, hier, effektiv farmen, so farmt man am effektivsten, etc., ähm, da werde ich mich aber in Zukunft etwas von distanzieren, natürlich geht es mir selber auch ein bisschen um Effektivität, aber, ich finde, Spielspaß sollte einfach im Vordergrund stehen, so, gut, damit habe ich, glaube ich, hoffentlich alles klar gemacht, ich hoffe, es fühlt sich fast niemand auf den Schlips getreten, und, ähm, ja, dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim farmenden Classic, und, Kritik, Fragen, Sorgen, Nöte, gerne unten rein in die Comments, äh, Kommentare wie, Diablo ist und bleibt tot, werde ich getrost ignorieren, die interessieren mich überhaupt nicht, also, spart euch die Zeit, ja, genauso wie, wie Flames, also Kritik, konstruktive Kritik, nehme ich immer gerne, und dann sage ich danke für eure Zeit, und, ja, damit verabschiede ich mich, und man sieht sich im Stream, haut rein, macht's gut, bis dann, ciao, 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 Vielen Dank.